hallo hallo zusammen alle jahre wieder kommt nicht nur das christuskind und kommt nicht nur der gebürztag sondern auch der tüv genau und heute war da das heißt er war nicht bei uns sondern wir waren bei ihm und fast schon erwartet sind wir wieder ohne plakette weggefahren ja und was uns diesmal wieder fahre ist das erzählen wir euch wenn wir jetzt drinnen sitzen oder ja ist gemütlicher also vor einem jahr zwar ziemlich genau einem jahr bei uns zwei jahre alt wir hatten ein mängelfreies fahrzeug wir sind froh gemutes und voller hoffnung zum tüv gefahren und sind ohne die plakette wieder weiter gefahren und ganz ohne mängel war es ja in dem fall nicht es hat ein lämpchen nicht gebrannt wir verlinken euch das video noch mal falls es jemand sehen will doch so und jetzt sind wir zum tüv gefahren und haben gesagt da kann ich jetzt gar nicht schief gehen denn wir haben vorher unsere lampe kontrolliert es haben alle geleuchtet und wir sind wieder ohne plakette und was ist das problem auf die idee kommt kein mensch so klein man kann es gar nicht sehen wir blenden sich mal begrüßet ein diese kleine schraube war ihnen zur reifen gesteckt im vorderen reifen sonst war das auto absolut mängelfrei abgas werde alles in ordnung aber dieser kleine nagel oder diese kleine schraube schraube im reif war gesagt das kann er nicht abnehmen das müssen wir beim händler nachbissern lassen dann hat er aber mir noch gleich eine brücke gebaut er gesagt nach kontrolle 15 euro wenn ich innerhalb der nächsten woche komme und wenn ich heute noch komme dann macht er mir den stempel umsonst dann sind wir natürlich gleich losgefahren zum ersten reifenhändler sind wir gefahren ja die haben sich das angeschaut oh das ist zu nah an der außenwand ja und das können sie nicht reparieren das ist gefährlich da kann man das nicht einfach rausziehen ja und wir brauchen einen neuen reifen ja genau und haben gesagt schauen sie mal nach ob sie so ein reifen haben ja dann hatten sie kein reifen dann hieß es sie bräuchten dann zwei reifen weil sie wenn es nicht die gleiche größe ist und alles und mir gedacht oh gott oh gott was kommt da jetzt alles auf uns zu werden aber zum glück haben wir noch von denen einen tipp bekommen wo noch ein reifen großhändler ist und das sollten wir auch da mal unser glück versuchen und da sind wir hingefahren und siehe da ein echter experte wohl sieht die schraube stecken langt hin mit der zange zieht sie raus und besprüht den reifen mit wasser und sagt das hält dicht kein problem sonst wenn luft austreten würde würde ich jetzt spudeln also der diese schraube hat zum glück diesen stahlmantel sind stahlgürtel reifen auf jeden fall hat es da nicht so beschädigt dass luft austritt ja genau und deswegen können wir weiter fahren und ja und er hat uns also gesagt das macht jetzt nichts es ist alles in ordnung und dann sind wir wieder zum tüv ja und er hat sich das alles angeschaut und jetzt haben wir die plakette haben wir also noch mal glück gehabt ja und wir müssen uns beim tüv süd bedanken denn das war sehr kulant wir sind dann nur noch mal hingefahren der kam dann auch gleich raus wir mit unserem mobil und stehen gesehen hat hat sich den reifen angeschaut und hat uns dann anstandslos die plakette gegeben ohne dass wir warte zeit hatten oder gar noch einen cent hätten extra bezahlen müssen großes lob an den tüv süd können wir gerne weitere empfehlen ja also wir hatten jetzt auch glück dass man auch kein neuer reife kaufen musste denn unsere reife sind noch vollkommen in ordnung ja das wäre natürlich blöd gewesen jetzt steht auch der wind an wir haben ja noch ein paar sommerreifen daheim liegen wir sind im ganzen sommer jetzt mit winterreifen gefahren weil da gab es andere probleme also aber das tut ja jetzt nichts zur sache und haben einfach die winterreifen drauf gelassen und die tun diesen winter noch wie es der nächsten winter ausschaut das wissen wir noch nicht aber wir haben noch ein paar sommerreifen drauf und ich denke ich werde dann im sommer die sommerreifen aufziehen lassen und werde dann am ende des jahres ganz jahres reifen kaufen das heißt wenn ihr erfahrungen mit reifen habt großer aufruf wenn ihr erfahrungen mit reifen habt sei es mit fahren mit winterreifen im sommer sei es auch mit ganz jahres reifen und sei es auch in verbindung vielleicht sogar mit schneeketten dann wären wir euch dankbar wenn wir von euch ein paar hinweise bekommen würden wir sammeln das dann kann ich die erfahrungen wir setzen dann auch gerne die erkenntnisse und eure erfahrung um und erklären es dann allen anderen in einem video also das dauert ja dann in dem fall das geht ja noch über ein jahr ja aber die erfahrungen brauchen erst mal da müssen wir neue reifen kaufen müssen wir erst mal ausprobieren alles zu seiner zeit in einem jahr ist schon wieder soweit ja ja genau dann geht es wieder von vorne aber dieses jahr haben wir es gelöstes problem jawohl und und ja nächstes jahr schauen wir weiter wie es kommt aber wir wären dankbar wenn wir von euch ein paar hinweise bekommen würden wie geht ihr mit drei form tauscht ihr jedes jahr sommer und winterreifen habt ihr zwei felgen setze wir haben keine zwei felgen setze wir haben nur einen felgen satz weil ich von anfang an beabsichtigt habe dass ich irgendwann mal mir ganz jahres reifen zu lege also das reifen thema ist bei uns aktuell und wir wären dankbar wenn wir von euch diesbezüglich erfahrungswerte bekommen würden als kleiner hinweis noch auch ersatz reifen haben wir auch keinen dabei nein wir fahren mit so einer dose damit so einer repair dose oder wie das heißt was ich machen würde wenn ich auf der autobahn liegen bleiben einen reifenschaden ich weiß es nicht adac rufen mehr fällt mir dazu nicht mehr fällt mir dazu nicht ein ich hoffe dass wir davon verschwunden bleiben also reifen ist ein thema und wir freuen uns über alle alle rückmeldungen die wir von euch bekommen und alle hinweise und werden dem nachgehen und unsere umsetzung berichten ja das war es eigentlich schon gab es war nur kurze meldung wir fahren morgen schon wieder los morgen oder übermorgen richtung egal egal ja das werde mal sehen wir wissen es doch schon bodensee und schwarzfalt lässt uns nicht los ok aber jetzt würde ich sagen machen wir schluss oder also wir wünschen euch alle die gleiche die gleiche umsetzung übrigens wer noch fragt warum wir nächstes jahr schon wieder zu dürfen müssen wir haben ein fahrzeug über 3,5 tonnen und da ist der tüfer jährlich fällig ja so ist es halt ja leider hat halt alles seine vornachteile genau 4,5 tonnen hat halt die vorteile dass man komfortabel unterwegs ist und keine gewichtsprobleme hat dafür muss man jedes jahr zum tüff ja aber wenn man so freundliche tüffleute hat wie wir dann ist es ja dann geht es so jetzt haben wir klug gelabert würde ich auch sagen wir hoffen die information war interessant für euch für uns war es auf jeden fall schon mal wieder ein interessanter tag jetzt wurde uns nicht langweilig und somit sagen wir jetzt einfach tschüss tschüss bis zum nächsten mal wir melden uns wieder ja und macht's gut salut hier ja hier hier Untertitelung des ZDF, 2020